Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Äh, diesmal ohne Lenny. Und bevor wir anfangen, ich werde es so machen, ich werde bei jedem... hier bei jedem Level, bei dem Arkadspiel dann Safe State setzen. Ich hoffe, der ist F5. Weil, wenn ich jetzt feile, will ich das nicht unnötig in die Länge ziehen. Und hier sehen wir die Nintendo-Münze, die wir brauchen. How high can you get? Und da ist der erste Safe State. Eps. Hoch Mario. Hoch Mario. Gehst du hier runter? Nein, dann weiter hoch. Und da war schon der erste Fade. Da kann ich auch genauso gut laden. So. Öp. Stimmt, du gehst ja hier hoch. Ähm. So, du gehst da nicht hoch. Hep. 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 Und geschafft. Hä, 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 hä. How high can you get by 50 meter? Zack. Äh, 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 what the hell? Ja, ist klar. Verpiss dich da, du scheiß Flamme. Dann machen wir es halt eben so. Gut geschafft. Ich wollte aber den Panzer haben. Puh. Jetzt sind wir schon bei 75 Metern. Und da werde ich oft fehlen. Hopp. 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 Ja, wie... Hm. Wie, ich bin da gestorben. Jetzt aber. Hep. Hep. Zack. Zack. Hm. Hopp. Hopp. So, da kann ich getrost stehen. Und hierher. Wow. Ja, und dann erwischt's mich. Ist klar, ne? Der erste erwischt mich nicht. Der zweite erwischt mich. So. Hier fehlt mir ein bisschen die Mucke. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er fällt einen Millimeter zu weit nach unten. Ist tot. Zack. Schnell rüber. Schnell rüber. Gut. Zack. Hier kann ich stehen bleiben. Und auf. Und hoch. Oh, gut. Puh. Und das letzte. Das wird auch richtig böse. Ach, wer ist denn? Den Weg hier. Das hat richtig gut geklappt. Und jetzt dich. Dich. Und ich hoffe... Nein. Hm. Dann brauchen wir dich. Gehen hier runter. Und müssen die hier irgendwie... Am besten mit dem Hammer. Am besten mit dem Hammer. So, komm her. Wie kann ich dich werfen? Wie kann ich dich werfen? Wie kann ich dich werfen? Egal. 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 Runter. Rüber. Rüber. Und. Zack. Geschafft. Oh, Gott sei Dank. Oh. Okay. Lief besser als ich gedacht hab. Mein Name. Duck. Und auf Ende. Wir müssten die Münze jetzt haben. Ende. Ja, mein Name hat sich gespeichert. Oh, ja. Und hier haben wir die Nintendo Münze. Eingesackt. Wo wird die eigentlich angezeigt? Ah, hier. Eine von eins. Ja, zwei Kronen fehlen uns noch. Ähm, wo fehlen uns noch die Kronen? Hoch. Ähm, fangen wir mal von der ersten Wälder an. Auf der DK-Insel fehlt uns noch eine. Auf der DK-Insel? Okay. Wo ist die letzte bei der DK-Insel? So, da wir grad Jumpman gespielt haben. Haben wir den einfach mal schön über den Haufen gesprungen. So, und jetzt kommt eigentlich das, von dem ich am meisten Schiss habe in dem Part. Ey, uncool. Hup. Ja. Machst du gut, DK. Okay. Hier fehlt auf der DK-Donkey-Kong-Insel noch eins. Wo ist das? Ähm, ja, ja. Bla, bla, bla. Jetzt können wir hier Computer spielen. Auch hier werde ich safe staten. Upp. So. Das lief jetzt. Und jetzt müssen wir einfach... Und das sind wir einmal abgekackt. Das will ich nicht. Okay, hier kam einer. Und hier... Ei, da hat er uns wieder gefressen. Zack. Oh, ich kann eh schießen, wenn ich gedrückt lasse. Dann ist es ja einfacher. Okay. Hm. Das will ich nicht so haben. Go. Wo ist die nächste? Ja, ist klar. Wo? Am besten immer ein bisschen hier oben in Bewegung bleiben. Ei. So. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Ich mach euch alle tot. Kommt her. Kommt her. Oh, wir haben den letzten auch schon. Jetzt brauchen wir ihn natürlich noch. Oh. Und rein. Boah, geschafft. Puh. Ich weiß nicht, wie viele Level man machen muss. Aber irgendwann müsste eine Rare Münze kommen. Ah ja, jetzt sind es andere Gegner. Irgendwann müsste eine Rare Münze kommen. Ei, 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 ei. What the... Ah, und da haben wir sie schon. Da haben wir sie. Die Rare Münze. Aber wir spielen weiter bis überhaupt kommen. Wir haben jetzt die Rare Münze. oh gott oh gott oh gott ich will dieses level noch scharf nein tot we got my rareware coin that's impossible you must have cheated all you all you can do now is plan go play again of the fall here we have the requirements and he said we are a scheiß cheater nur weil wir selbst jetzt benutzt haben und wir haben es in nintendo coin ja wir müssen nur noch die blaupausen abgeben und die letzte den letzten fight player platz suchen auf der dk welt auf der overworld sagen wir so wo ist der der müsste doch auch irgendwo in einem level sein bei snideweiner war nicht auch beim in level 1 seiner haben wir den nicht geholt ja komm neun blaupausen haben wir schon weg da wait 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 ist einfach zum testen so ich denke in welt 1 war noch einer und wenn nicht welt 2 war keiner da ist auch keiner wo ist der ich pausiere mal kurz moment und dann gucke ich eben ja da sieht man es wieder wer ist kacke wie bitte kommt man da drauf letzte kampfplatte ist beim wunderwald ja dumm wer kommt da drauf da ist doch der eingangs im wunderwald und zwar da müsste am pilz rumkreisen er ist rot je nach farbe muss man den mit den jeweiligen kong treffen also der erste schuss gehört die die jetzt erst mal die scheiß ziel suchen raushauen okay erwischt nächste ist gelb gelbes dk okay so wo ist er da ist er blau 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 ist lenki denki henki erst mal ein bisserl muni auftanken blau 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 bla Erwischt. Ja, und jetzt kommt so ein Junkies Special Ding. Okay. Und? Da müsste hier die Platte erscheinen. Yes. So. Okay. Ah, Forrest. Okay, nur einer. Boah, mit dem werde ich klarkommen. Den einfach immer schön in den Schacht halten. Und die zwei einfach umhauen. Das ist nicht allzu schwer. Was, was kommt? Ja. Lucky, lucky, lucky erwischt. Und eins, zwei. Ich hoffe, da kommt da nicht noch so einen Kackbohn. Bäm, bäm. Bäm. Schnauze, schnauze, schnauze. Schnauze, schnauze, schnauze. Und erwischt. Boah, wäre jetzt fäll gewesen, hätte ich einen Weitsprung gemacht. Wäre jetzt fäll gewesen. Sobald haben wir jetzt alles. Jetzt können wir beruhigt zu Snide gehen und die Blaupausen abgeben. Oh ja. Das würde jetzt eh den restlichen Paar in Anspruch nehmen. Ups. Ja. Puste dich auf, kleiner Mann. Und somit sollten wir jetzt hier fertig sein. Uns fehlt auf der kompletten Overworld nur noch eine Banane. Die können wir aber erst bekommen, sobald wir die Feen abgegeben haben. Nein, ich wollte doch da rechts hoch. Ach, egal. Ah, tut mir leid. Tut mir sorry. So. Wie die Maus sei. Ich denke, das andere schaffen wir in zwei Parts. Und dann für den Endkampf werden wir auch nochmal zwei bis drei Parts brauchen. Das würde ich mal, na, ich schätze mal, höchstens zehn Parts, dann ist es vorbei. So, hier die Blaupausen abgeben. Ja, Snides Hauptquartier. Ah, great. Snides ist der Name Revenge of my Game. Did you know King Karul been worked off his blaz-o-matic machine and inside to destroy your island? I was the Chief Technology on Project. But that double-crossing Lizard kicked me off his team because he didn't trust me. I'll try to help you stop King Karul's machine. But you'll need to find me some of my original blue blauprind. I believe they were given to some of the kings. Darth Chronich, so be careful. For every Blaupause you return, I give you one of the golden banana King Karul stole from your heart. No blauprind, no banana. You'll never know. That might. Just by this time, that's the deal, Kong. Oh, ich sehe, hast du auch Blaupausen? Ja, er war der Chef... Äh, ah, der Chef-Entwickler. Da kann ich jetzt getrost mal vorspulen. Er war der Chef-Entwickler von diesem Kaputomatik. Ähm, und King Karul hat ihn einfach rausgehauen, weil er einfach ein Kackbun ist, weil er ihm nicht getraut hat. Und jetzt hilft er uns, die Bananen zu... äh, bekommen. Bäm. Wie ich das mache, ist es halt einfach mit... Ich benutze den Emulator, deswegen kann ich einfach getrost auf F4 drücken und der rennt einfach mal ein bisschen schneller durch. Oh, Banana. Oh, Banana. Oh, Banana. Oh, Banana. Oh, Banana. Oh, Banana. So, obs. Tiny. Oh. Ja, was kann ich so erzählen? Die Blaupausen abgeben, den Grüß. Das ist der größte Rotz. Also ist zwar gut, dass er uns was gibt, aber er könnte es doch einfach in einem machen. Er sagt, okay, wie ich sehe, du hast acht Blaupausen, hier sind deine Bananen, dann kommen halt einfach acht auf einmal runter. Oh, Gott. Dumm, 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 dumm. Ähm, Snide ist übrigens in jedem Level. Eventuell werde ich mir den Safe State behalten. Und jetzt soll es nach Part nachreichen, in jedem Level einmal Snide zu benutzen. Oh, ich glaube, das werde ich machen. Hm. So als kleines End, so als kleiner End-End-Part. Letzte Worte dann verabschieden. Hm. Rein theoretisch müssen wir jetzt 200 Bananen haben. Sieh, dann. Oh ja, 200 Bananen. So, damit grinde ich wieder Bonus. Was? Gucken wir uns erstmal die Blaupausen an. So sieht die Kaputomatik aus. Man sieht, rechts oben, diese zwei Fässer versorgen die Kaputomatik mit Strom. Ja. Die Fässer und der Stromzufuhr, den werden wir später noch kennenlernen. Unten rechts ist die Schaltzentrale. Und links ist halt da die komplette Kaputomatik. Was haben wir an Bonus? Oh, da könnten wir jetzt alles nochmal spielen. Biva Butter. Biva Butter. Nein, danke. Nein, danke. Okay, auf jeden Fall. Oh, wir brauchen Tiny. Tiny. Ja, der Part zieht sich auch wieder ein bisschen. Aber ist bald vorbei. Also 20 Minuten Part wird es nicht sein. So. Hups. Dam, 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 dam. Eee, dam, dam, dam. Ja, hier haben wir die Platte, welche uns nach oben beamt. What the hell. Dum, 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 dum. Und rein hier. So. Okay. Okay, okay. Wie ich sehe, muss Stieken nochmal das Tor aufschießen. Auf jeden Fall, wir müssten die 1. So. Hups. Wir haben es offen. Und es würde aufgehen. Ja. Und das alles beim nächsten Mal. Aber let's play Donkey Kong 64. Dann stellen wir uns diesen Dreckskerl, der unsere Bananen geklaut haben. Geklaut hat. Ich mit meinem Superdeutsch. Bis dahin. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen. Bis dahin.